Die Geschichte von Greg Guten Morgen, wie geht's dir? Ich bin wieder zurück, danke. Sehr gut, ganz schön. Sehr gut, sehr schön. Du warst dann so als älter, aber die Behörden, die du auch mit der Geschichte verbringen kannst. Das ist ein bisschen zuerst. Guten Morgen, Sir. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020